den einhaben noch nicht aber jeden moment ja ich habe ja was für meine nicht vorhandene plasma gar nicht es hat sich nicht gut an wo ich hingehe sind da Cyberdemons nee ich sehe grad okay wer vertypisch nein ich sehe Cyberdemon aber da wer auch der Exit okay ich bin tot also wir haben die Wahl Cyberdemon töten oder Exit wir haben die Wahl was willst du choose your destiny willst du es versuchen äh ich habe es nicht probiert ich bin einfach die Treppe hochgegangen also er hat dich gleich gekillt ach also jetzt habe ich bald die Chance voll von der Map also ich renne bald zum Exit rein wenn mich der lässt die kack Treppen hier gehen wir so auf die Nerven ich glaube mit unseren Waffen ganz ehrlich brauchen wir wahrscheinlich nochmal 10-15 Minuten bis wir den Cyberdemon haben ganz ehrlich weißt wie wir vorgehen lebst du noch wie der ah du bist gestorben einer lenkt ihn ab der andere rennt zum Exit können wir machen ja genau das ist gut was du machst ich renne zum ich renne dann mal ablenken das hätte einfach jetzt so lange gedauert das hätte wahrscheinlich nochmal 10 Minuten dauert wahrscheinlich und wir haben nicht die Munition gehabt um ihn zu töten also hätten ja aber es hätte lang gedauert ja oh Kettensäge wir sind im allerletzten Level also minus die Heimlevel gut dann wollen wir oder ja ich bin durch ich weiß ja was ich machen muss oder was wir machen müssen wissen wir ja bist du unten? gerade unten? wo unten? ganz unten ganz unten? ja wenn du mir jetzt hier beim oder willst du die Plattform hochfahren lassen? ach du bist auf der Plattform oder? ich bin auf der Plattform ja nimm den Raketenwerfer warte hab ich und dann schieß also du musst im richtigen Moment schießen ne ne äh oder so ah sehr schön das war sehr gut also der Level ist wahrscheinlich schnell vorbei aber wir können uns noch ein bisschen den Spaß erlauben oder? weil der Level ist sonst wahrscheinlich in zwei Minuten abgeschlossen aber das schieß doch immer fleißig rein äh also du bist gar nicht auf der Plattform ne weil ich will weil die mich total so haben ach die haben dich getötet ja ok warte dann übernimm ich schnell wenn ich schaffe sag mal so rum ok das wird nix ne das wird nix die haben mich nämlich erst verletzt und dann ja tot gemacht so zu sagen so und jetzt komm lass mir aber in Ruhe ich brauch meinen Raketenwerfer der war gut der war gut der war echt gut das dürfen wir packen mit dem nächsten oh shit ist hier viel los ja ja vom wegen zwei Minuten wie ich gesagt hab naja ok rechne noch ein paar Minuten drauf hm ich brauch nämlich wieder Raketen oder hast du Raketen äh ne nochmal ein Problem also entweder wir sterben ok ich sterbe eh gleich wie jetzt also ich denke mal der nächste Schuss killten ich glaube halt mal die ein bisschen vom Leib wenn es geht also wirklich nur wenn es geht wenn ich nicht stirb ich glaube das wird gerade ein bisschen gefährlich oder ja ein bisschen voll so genau der muss tot weißt es das letzte Level das letzte Level ok ich hab jetzt einen Schuss von der Rakete verspendet für was für den Tod ach warte mal für was hab ich ne BFG eigentlich anyway ist grad sind wir gerade aufgefallen weil ich gestorben bin deswegen habe ich die BFG genau und zu sterben genau aber ich will die BFG jetzt mal gleich aus nein nicht die Kettensäge das bringt hier in dem Level nix ich sehe schon deine Enttäuschung in deinem in deinem Gesicht ja so ich hoffe die Lager ja natürlich und der ist natürlich auch das hat so gut angefangen irgendwie sind ja trotzdem noch weiß wie viele Gegner es kommen ja auch immer wieder welche oh ja ja so lass mich hoch hast du Raketenwerfer ich hab nämlich nicht ausgewählt ok wo ist der Raketenwerfer auf welcher Taste gleich geht auf der linken glaube ich war ja ja sag mal kaum komm ich hierher schon kommen wir tausend Gegner also ich hab nicht mehr viel Energie nein das wird nix und er ist tot und ich auch oh oh so gesehen ja holy shit ok das wird noch weiter hoch 800 900 1000 1000 1100 ok das wird langsam lächerlich 1600 1700 800 900 2000 ach du scheiße 200 2300 2500 2500 2500 2500 Prozent habe ich gegeben ja und wir haben Doom jetzt durchgespielt in Zweier naja also ich drücke jetzt mal nicht auf X ich hab Angst dass ich dann die Crys und so weiter überspringen einer muss aber X drücken hast recht das ist interessant ist ja wenn du auf dem PC mit dem Noclip Cheat da durch gehst ist ja John Romeros Kopf ja auf einem Stick echt und ich glaube umgekehrt heißt der Spruch irgendwie ich glaube to kill me you must kill me eh nicht to kill me ja to win this game you must kill me John Romero irgendwo so in der Art hab's grad immer genau im Kopf hm also das hab ich mal so gelesen und ich hab auch mal das rückwärts mir angehört also rückwärts rückwärts ja you've done it the invasion is over naja aber es ist noch nicht komplett vorbei weil wir haben ja noch eine Zusatzepisode genau und zwei Secret Levels ja und jetzt sehen wir nochmal die ganzen Gegend ich find's immer lustig wenn du jetzt einfach drückst ach das macht am meisten Spaß irgendwie und jetzt stehen auch wenigstens die Namen also einer war der Heavy Weapon Dude der Im tot und da steht lustigerweise Demon aber er ist eigentlich ein Pinky im achso du bist gar nicht so weit oder wenn ich jetzt drück das geht bei dir nicht weiter oder ne ja der Kacko Demon tot Hellnight tot Baron of Hell tot mit einem Knopfdruck ok den Namen kann ich jetzt gar nicht aussprechen spinnvieh genau Pain Elemental ach was Pain ich hab nur gedacht das wäre nur ein Elemental ok Pain Elemental tot Mancubus tot Archweil Spider Mastermind tot und was ich ja bei Doom 3 Schad find es war ja geplant dass sie den Spider Mastermind in Doom 3 reinschmeißen aber anscheinend haben sie es komplett verworfen das finde ich ein bisschen schade weil es eigentlich ein cooler Gegner ja aber es gab mal einen Modder einen deutschen Modder der hatte ja den Spider Mastermind ich weiß nicht mehr in welchem Programm das war hat er den da erstellt und in irgendeinem Mod für Doom 3 ist der drin aber ich weiß nicht in welchem unser Hero tot ja ich bin grad nur beim Cyberdemon es ist er auch tot und ja unser Hero ja gut will ich jetzt mal sagen ja weil das geht jetzt immer weiter und immer weiter also immer wieder das gleiche richtig nach der Folge hier Folge danach ich weiß noch nicht ob wir gleich die Secrets Level machen oder ob wir die Zusatz Episode anfangen das weiß ich jetzt noch nicht genau ich denke wahrscheinlich aber erstmal die Secret Levels und dann die Zusatz Episode und danach geht es ja bei mir mit Doom 3 weiter ja genau gut dann sage ich es mal an der Stelle ich hoffe es hat euch gefallen ja und man sieht sich beim nächsten Mal wieder bis dahin bis hin ja